Ja, immerhin, also einer der Bestwerte, gerade eben hier, der TT. So, ich komme mal wieder auf die andere Seite, sehe ich mehr, Schlange wird kürzer. Jo, grüße, wer bist du? Marcel, lass krachen. Da ist wieder so ein Rhythmusgefühl zu erkennen, irgendwie auf dem Gaspedal. So, was hat er? 112,8. Marcel, vielen Dank.